Guten Morgen, liebe Athleten. Ich bin es heute mal für euch. Das Wetter ist schön, es ist Wochenende. Dann haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder ein Draußen-Walkout. Natürlich alleine oder mit euren Familienmitgliedern beziehungsweise einer Person eurer Wahl. Immer schön Abstand halten, ganz klar. Das Training ist ganz einfach im Stil unserer Burpee-Challenge. Ihr habt die Treppen schon gesehen. Ihr lauft einmal die Treppen und das macht ihr immer im Wechsel mit Burpees, beziehungsweise ihr sucht euch natürlich irgendwo bei euch zu Hause Treppen dementsprechend. Unsere hier hat 80 Stufen, hat eure deutlich weniger, lauft ihr halt mehrfach am Stück. Und dann, wenn ihr oben angekommen seid, Burpees. Ja, das kennt ihr schon. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ihr macht je nach Leistungsniveau 5 bis 20 Burpees pro Runde und davon könnt ihr auch 5 bis sogar 15 Runden machen. Also Treppen, Burpees, Treppen, Burpees und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Postet euer Ergebnis in der Gruppe. Bis bald. Bis bald. Bis bald. cam